Und ich hab die Granatenquests natürlich nicht, dann passiert sowas. Ich komm jetzt auch hoch zu euch. Jetzt hat er das abgebrochen, weil ich gemumbled hab. Der kommt an der Treppe, also von der Factory-Seite. Bist du nicht, Jörg, ne? Nein, ich bin im Problem. Fuck, ich bin tot. Da kommt übelst der Chat. Der hat ne VSA leider. Alter, warum schießt ihr auf mich, Alter? Ja, wieso bist du nicht in dem Raum, Alter? Ja, weil da übel der Typ kommt. Mit der Sonne, Alter. Ich hab ihn. Nice. Da ist noch einer. Ich komm. Unten. Warte, ich schmeiß einen Nähte nach unten. Bisschen Flipper. Der rennt. Warte. Hab ihn. Oh, Outplayed, Alter. Outplayed, Alter. Oh, shit. Der rüber wieder. Holy shit, Alter. Ich bin Breach rum. Kann ich dich mal fett... Noch einer. Oh, ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich bin vorm Hoch. Ja, ich bin Breach rum. Holy shit, Alter. Wo ist der? Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab. Ich glaub, der kommt vielleicht. Oh shit, die Granate ist hängengeblieben. Der ist moved auf jeden Fall noch. Hast du alles ready? Jörg? Ja, ja. Dann baite ich gleich mit. Ich muss meinen Bauch reparieren. Dann wird er mich pushen. Factory Seite. Ich mach jetzt. Er kommt nicht. Ja. Holy shit, Alter. Ich heim nicht kurz. Beweckst du dich? Ja, ja. Was hatte der so, Jörg? Ich glaub, der hatte nur ne Stohle. Echt jetzt. Wurste durch. Bin jetzt auf der anderen Seite. Hab die Tür aufgemacht. Schon an einem Treppenhaus. Ich komm von oben. Ist keiner. Ich bin jetzt. Okay. Oben clear. Zwei auf drei. Ich play's kurz. Alter, Nico, hast du es im Stream gesehen? Hm, du hast streamt Jan? Oder auf Twitch? Twitch, Twitch, Twitch. Boah, nee, leider nicht. Schade. 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 Ja, der war richtig sick. Rennst du unten? Bewegst du dich? Jetzt nicht mehr. Ja, okay. Wo bist du? Hier am Treppenhaus. Ja, dann loot das schon mal. Bevor wir dann Stress kriegen mit den ganzen Scuffplayern. Und tu am besten schon mal irgendwo das Zeug vom... Ich klappe dann den schlechten... Ne, warte mal. Ja, erstmal Chico sein Zeug. Macht euch deswegen keinen Stress, nenne ich, dass ihr deswegen sterbt. Sorry. Kommst du? Ich hab grad mein Inventar geöffnet. Und da hat einer eine Waffe eingelegt. Bewegst du dich? Ja, ja. Da rennt einer draußen im Exit-Bereich. Naja, aber dieses Twitch Prime fuckt mich ab. Bewegen. Ich heil mich. Oh, 20, ja. Wo bist du, Jörg? Ich komm Treppenhaus. Äh, ich komm Bruchtbad. Ich muss auch schon repacken auf jeden Fall. Nico, deine Magazin... Wer? Waffe ist schon weg? Die hab ich genommen, hab ich genommen. Ah, okay, nice. Ich nehm die Magazine mit wegen den Kugeln. Ja, sicher. Kannst dir auch den Helm und die... ...Dings einstecken, wenn du die brauchst. Ah, okay. Blackrock würd ich mir räubern. Sicher. Na, wobei, lieber will ich das Zeug von den Leuten holen. Von deinen Safen. Ja, oder Ditch irgendwo, klar. Kein Scheiß. Lass es liegen. Juckt halt wirklich nicht. Wie sieht's im Exit-Bereich aus, Jörg? Da ist ja einer tot im Container. Und dann hab ich's gut getroffen, Schatz, klar. Ich ditch kurz das Zeug. Bestes Stelle hier zum Ditchen, im Factory. Hier runter. LOL, das geht? Jo. Da ist mir mal eine Leiche runtergetroppt. Und dann hab ich gedacht, shit, Alter. Ich komm wieder ins Treppenhaus. Ah, die hast du keine Tür, oder was? Ah, deine Amour musst du in die Runde schmeißen. Ich werf die einfach da hin, Uwe. Ich werf die einfach da auf die Treppe. Scheißegal. Den kostet 120k, oder so. Ich bin noch dran. Oh, den kann man sich schon eher schmecken lassen. Den weg. Ich bin über deine Wache. Ich bin saved. Danke. Bester Mann, Jörgi. Steps shooter, Jörg. Ja. Hast du die andere Leiche geblindert, Jörg? Einmal. Warn mal. Was geht? Ich bin jetzt an der Leiche. Wosch, die Leiche. Hier vorne auf dem Händen. Achso, okay. Ja, ja, ja. Und die soll ich mir jetzt spread mal, oder was? Ja, ja. Der hat sickes Gier dabei, der andere. Ich bin richtig langsam jetzt. Ich komm zu dir und ditch dann auf die Arme und dann können wir raus. Slap, shoot da unten. Pazane! Nein. F6, Krim! Fack auf! Alles gut? Ja. Ha, blöch, schimmig! Nice. Wo steht? Wo steht der? Wo steht der? im ding reingelaufen hast du alles warte ich tauch da jetzt runter wo ist der? ich bin hier im exit breit kommst du? jo alter geht doch da runter lass liegen lass liegen alles sein verliegen ist korrekt schon uwe kommst du raus jörg? in diesem moment